Musik So an dem Kinderchen, zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Republic Kommando Ich hab richtig Bock drauf, warum ist das jetzt einfach so dunkel? Ah, jetzt sieht man was So, ich hab nochmal eben gerade ausgemacht, hatte so Das geht mir jetzt sowas mal auf den Sack hier Dass das so schnell geht hier mit diesem Das muss was Russisches sein, oder die Musik? Da, da, di, da, do, da, do Und komm Und Auswahl Ja, so, jetzt sind wir dabei Starten wir ja das Dance-Ding So, wir haben ein Flugabwehrgeschütz Hab ich das richtig verstanden? Irgendwie auf jeden Fall ein Luftabwehr-Türm Ähm, Luftabwehr-Turm Den wir erobern sollen, beziehungsweise zerstören sollen Da der unsere Kanonboote wahrscheinlich runterholt Und, ähm, was nicht so gut ist Ich geh mal davon aus, wir werden hier auf jede Menge große Druiden treffen Das heißt, ähm, Spider-Druiden Gionisianer Ich denke, wir müssen uns durch das Geräusch bringen, Sir Was ist das? Oh Wer hat denn dann den Kopf abgenommen? Achso, ich war das Ja, dann, hu, da müssen wir durch Radikale Umstrukturierung initialisieren Genau Denn hier ist ein fetter Canyon Da kommen wir nicht durch Oh Bibiou, bibiou So Ja, dann lass uns das Ding doch hoch, Jan Das sieht einfach geil aus, oder? Diese Venator-Klassen Obwohl das Spiel so alt ist, ne? Sieht das irgendwie noch episch aus, ne? Wieder weg, dich da rumballern Die Sternzerstörer der Rup-rup-rup-rup-rup. Republik. Kommandos! Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir. Durchhalten, Soldat! Delta-Team ab mit Ihnen! Du hast eine Schwimpe! Arme Schweine! Das Wrack war mal eines unserer Schöne. Versuchen wir es mit dem Geschütz nach oben. Oh. Lass stehen! Lass dich abschießen! So. Ich frag mich, warum denn haben die auch nicht zulässig gemacht. Wie viele Abschüsse hattest du heute? Mehr als du, klugscheißer. Ha 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 ha. Granatfälle gesehen. Oh nein, nicht so einer. Mehr Abschüsse. Oh. Elite-Bugs. Okay. Alter Digi. Darf ich mich Nein zu? Ja, toll. Das war's. Nie gewagt. Alter. 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 Meine Fresse. Er muss doch mal irgendwann down sein, Alter. Das ist schon fast jetzt in die Superkampfruge. Ich hab schon jetzt keine Motivation mehr. Hinten, hinten. Aha. Ganz schnell. Manommt in den Stand. Ja. Ich hab's manchmal eliminiert. Ja, ich hab's nicht EV наоб. Die ist David. Wir haben mehr Probleme, Delta. Alter, lass mal Kollegen in Ruhe. Hältst alle kalt gemacht? Bleib voll ernst. Oh, komm schon, das kann doch nicht sein. Mann, mach ihn doch kalt. Gehen. Was denn? Boah, das fängt jetzt schon an, nicht zu nerven, Alter, ähnlich. Ja, ich brauche Hilfe tatsächlich. Danke, Kollege. Du bist der Beste von allen. Aber fleißig ja dazu, weil du rettest nämlich gerade unsere ganze Kuh. Da rett den anderen auch noch, der könnte auch ein bisschen hervorrufen. Ah, es ist schon heftig, ne, diese Canyons und so. Also ich finde, das Spiel, ich habe das nicht mehr so schwer in Erinnerung. Ich weiß nur, dass es nicht sehr lang ging. Aber es ist doch schon ziemlich schwer. Oh. Was machst du denn da, Kollege? Haben alle? Da. Sieht ja gut aus. Bewegung. Ich schätze, wir müssen uns durch das Wrack sprengen, Sir. Brauche Deckung. Na, wir werden mal los. So, dann ab in die Schloch rein. Hopp. Was stand da gerade mit Todes? Wo die Feinde sind und geht mir aus dem Weg. Schluss mit dem Gequatsche 7. Bewegung. Ja. Denn, alles klar, dann gehen wir aus dem Weg und du machst den Schiff. Eine Sorge, wir sehen nicht nach uns. Vorsicht vor den Schiff. Gute Schüsse. Gegner und... Ich finde gut, dass die mit der... Oh. Ich weiß nicht, was wir jetzt sehen. Ach, scheiße. Der hat jeden erwischt. Diese Dinger kriegst du nicht kleingeschossene Schürm. Alle tot. Der muss doch auch mal Ego mal sterben. hier ein. Das sind ja Ganaten. Oh. Scheiße, ey. Das ist nicht am Arsch. Oh, Mann. Kann denn... Ich glaube, wir haben das hätte nicht verloren. Das glaube ich auch. Die Schlucht des Todes. Offensichtlich heißt es so, ne? Level Neustart und Spielstand. Spielstand? War denn der wohl hoffentlich automatische Speichern hier, ne? Ja. Ach so. Ach, die liegen hier schon alle. Er hat das gespeichert, das... Ja. Müssen wir hier weiter. Komm. Lass uns hier nicht aufhalten. Wir rushen ja, war durch. Wir sind jetzt am Geschütz. Das scheint eine Öffnung da runter zu sein. Oh, ich fäng fest. Wie heißt das, die Granaten selbst probieren? Okay, Team. Gehen wir rein und warten wir ein bisschen auf. Das sieht doch mal nach einer guten Granatenposition aus. Ja, die Reine entbindet Sparren wie Treinart. Da. Na, alle Tor? Ah, ha, ha. Ihr Ritzbäude, warum seid ihr denn alle Tor? Alter. Ich hänge überall fest, was ist das für ein Schluch? Was sind, wie viele Täter sind die noch? Bleib stehen jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Ach, dann hat der Tücher auch nicht überlebt, ne? Du hast aber auch keine... Ich finde, du hast keine echte Chance. Weiß ich nicht. Also, ich finde diese Elite-Trupps so nicht echt. Richtig schwer, ne? Oh, Mann. Funny. Funny. X2 hat erbischt. 11. 11. 11. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. Warte, geht's. Achso, wir müssen in die andere Richtung. Aha. Moment. Komm! Aufstehen. Warte, aufstehen. Aufstehen! Rumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagtha, Soldat. Ja, Sir, vielen Dank, Sir. Das ist so gut wie neu, Sir. Ich hab Hunger? Vagta-Prozedur einleiten, Delta. Ohne Vagta, Sir. Der humpelt ehrlich. Fixer. Sieben. Und soviel dazu, zeig mir, wo sie sind. Und ich mach's, sie steht nicht im Weg und so'n Scheiß, ne? Dabei gehen sie ja alle fast drauf. Wie sieht's bei mir aus? Besonders maximal. Also, los geht's. Oh, mach doch mal Platz. Wir sind jetzt ungeschützt. Es scheint eine Öffnung darunter zu sein. Könnte dann, Missionsparameter wird aktualisiert. Neuerhaft. Geben Sie rein und Sie aktivieren. Oh, Scheiße. Gehen wir rein und räumen wir ein bisschen auf. Das sieht doch mal an einer guten Kanatenposition aus, Delta. Ist da schon jemand... Tot, oder? Leute! Ich glaube, wir sollten jetzt schnell sie beirutschen. Ich glaube, wir sollten jetzt schnell sie beirutschen. Alter! Wo sind denn die anderen alle so weit? Das ist ja nicht alles hier. Und nach einer guten Granatenposition sieht das aus. Ich glaube, ich liebe es. Weit entfernt davon. Ich glaube es nicht, ne? Ich glaube es nicht, ne? Meine Fresse. Ne, ne? Durchhalten, Delta. Wollt ihr mich völlig verarschen? Wo kommst du denn hier, Junge? Mann. Der Einheit bringt mich gerade auf Trab, Alter. Oh, Mann. Der Einheit bringt mich gerade auf Trab, Alter. Guck mal, was da noch alles steht. Wo sind die alle eigentlich hin? Junge, steh auf! Junge, steh auf! Ach, die Scheiße, Leute, Eddie. Wieso rennen wir auf der Reine? Wie bekloppt? Oh, du wirst ja... Oh, nein. Wie soll ich das denn schaffen jetzt allein? Oh, der ist fahrt, Alter. Never-ending-Story hier, hör mal. Oh, der ist fahrt. Never-ending-Story hier, hör mal. Oh, der funktioniert. Oh, der ist gefahrt. Oh, der ist hier. Und alle sind hier. Oh, wunder, oh wunder wie am Leben. Boah! Ich muss sagen, das ist echt ungestellig. Ich kann nicht gut mit ran hin, dass die Spiele stirbt. Zumal ich brauche unbedingt wieder neue Munitionen, äh, neue Munitionen. Boah, Alter, wo kommt die hier noch her? Bei Kampfregeln. Kommt schon, Leute, da kommt noch ein zweiter. Ich hab keine Mut für Motivation, ne. Meine Fresse, was verreckt der denn endlich mal? Endlich. Wollen wir uns nicht echt mal Motivation suchen? Ich muss doch jetzt mal bald mal verrecken werden. Ich freue mich, dass meine riesige Pistole ist. Jetzt haben wir ihn. Ich hol ihn zurück. So, ich guck mal nach dem Dings. Nach Munition und nach dem Bacta-Tank. Ja, das ist sehr schade. Hallo, Leute. Ja, habt ihr schon was gefunden? Ich guck mal nach dem Bacta-Tank. Bacta-Tank. Bacta ist immer gut. Guter Schuss nieder. Bacta ist immer gut. Bisschen, ein bisschen. Ohne Bacta. Ohne Bacta. Bacta. Das war erst der Anfang. Ah, ich sah aber auch was. Okay, dann brauche ich noch. Achso, ich war auch. Ja, sehr gut. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Hachachach. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Was für ein Spruch. Knackt das hier Luft. Reicht doch auch. Oh, guck mal her. Munition. Ja, achso. Mein Gott, seid doch nicht schon flummig. Sichert das Fenster mit dem Schild. Sperrt sie aus. Hier ist eine Grundrolle, Sir. Die Fenstersteuerung. Richtig. Ja, nice. Juhu. Oh. Fack das. Fack das. Fack das. Fack das. Was machst du da? Willst du Kidboxen gegen Superkampfdrüten machen, oder was? Ja, gut. Dann hole ich meinen neuen Granatensplot. So. Next. Brechen Sie die Tür auf. Tun wir's. Tun wir's. Platziere Sprengsatz. Wir sichern. Deckung, Granate. Warte Tür. Gehen wir. Was sind das für Pläne? Was sind das für Pläne? Armes Schwein. Ich bin wieder okay. Die Fenster müssen wir wohl auch verriegeln. Los, Delta. Kass. Oh nein, ich fliege schon wieder. Oh nein, ich fliege schon wieder. Ach, Scheiße. Ja, dann seh zu, Junge. Baut hier. Ja, wir bleiben mal vor. Das ist ja Spaß. Selbstständig gemacht. Wartet doch mal, bevor ihr weiterlauft. Das sind typisch Klone. Naja, ich hab mir gedacht, aber was mit meinen? Oh, ich brauch auch Wachka. Oh, Zucker, sehr dringend. Sehr gut. Ja, fliegt ihr mal alle gegen die Scheibe, das ist kein Problem. Jetzt zappelt noch. Ihr verträgt wohl auch was. Ich muss nachlaufen. Wir räumen wir ein bisschen von Delta. Roger. Platz im Besprengsatz. Noch noch ein paar Sekunden. Sie haben eine Bestreie. Was haben wir hier bewirkt? Ah, okay. Ah, okay. So. Ah, natürlich. Wir wollen noch mehr Tionosianer reinlassen. Wir lassen lassen. Wir lassen. Wir lassen. Mann, wo fliegen die Granaten ganz hin? Geh doch mal einen Schritt beiseite. Ihr könnt doch nicht alle vor den Poliden rumlaufen, Alter. Ihr wisst, was zu tun ist, Deltas. Sperren wir sie aus. Schauen wir noch mehr Munition hier irgendwo? Ja. Sehr gut. Ah, Granaten, ne? Ja, gut. Können wir auch gebrauchen. Nein. Ist das Ding jetzt zu? Meine Fresse. Oh, noch einer. Oh, wo kommt die denn noch her? Saubere Arbeit, Deltas, saubere Arbeit. Also einmal Bacta-Tank hier. Wo ist, wo ist, wo ist. Ach, mach dich schon automatisch. Bacta-Prozedur einleiten, Deltas. Bacta-Prozedur einleiten. Wurde die Klone aufgezeichnet, wa? Das ist mir schon besser. So, meine Kinderchen. Ob wir das nächste Mal aus dem Bunker rauskommen, das werden wir in der nächsten Folge erraten. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.